Hallo und herzlich willkommen zu einem klitzekleinen neuen Titel, den ich auf meinem Kanal jetzt zeigen möchte. Ich habe mich eigentlich spontan dazu entschieden, das jetzt doch noch zu zeigen. Ich habe es mir vor einiger Zeit mal runtergeladen. Es ist ein kleiner, netter Indie-Titel, ein Indie-Adventure, und zwar The Journey Down Chapter 1, wie man hier sehen kann. Ein witziges Spiel, im gewissen Roster-Flair, mit zwei sehr sympathischen Charakteren, wie ich gehört habe und gelesen habe. Ich selber kenne es noch überhaupt nicht, das ist jetzt absolut blind. Und ja, das ist mit vielen Rätseln, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Point-and-Click-Adventure ist, oder ob da noch etwas anderes drin ist, aber ich meine, es wäre ein Point-and-Click-Adventure mit sehr skurrilen Figuren, wenn man schon den Sound hört, leicht jamaikanisch angehaucht und Roster-Faris drinnen. Das Ganze ist komplett auf Englisch. Ich glaube, die Untertitel auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber wer ein bisschen Englisch kann, ja, mal schauen, ob wir da durchkommen. Ich versuche es jetzt einfach mal. Dieses Spiel ist jetzt auch ein Ersatz für manch andere Spiele, die ich nicht spielen konnte, weil es von meiner Hardware und meiner Software nicht ganz hingehauen hat. Deswegen mache ich das jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob ich es komplett durchspielen werde, aber zumindest mal einen kleinen Einblick werde ich verschaffen. So, dann starten wir das Ganze doch einfach mal. Ja, ich möchte gerne Untertitel. Central Saint Armando. Universität, okay. Geht also gleich los hier. Wie man sehen kann, sind die Figuren etwas strange. Mir hat es gefallen, das Design. So ein bisschen gruselig wirken die Figuren, aber ich finde es cool. Bis her, das Design zumindest. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht, drückt. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Was? Was? Ja, boss! Oha. Richtig böse. Ja, leider hat das ein paar Tonmarken, habe ich gerade festgestellt. Ich hoffe, das ist nicht das ganze Spiel durch. Oder wenn das... Vielleicht kann das ja auch mit meinem Aufnahmeprogramm zusammenhängen, dass sich das nicht verträgt. Das hatte ich schon ein paar Mal gehabt. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Wenn es zu schlimm wird, muss ich es dann wahrscheinlich abbrechen. Mal gucken. Sehr coole Person. Es geht um zwei Rastafaris, die an der Tankstelle arbeiten, soweit ich das mitgekriegt habe. Die, glaube ich, haben mir Onkel gehört oder so, die sie übernommen haben. Ich weiß es nicht mehr genau. Oh, so viel gleich. Ja, wie klug. Ja, genau. Ja, das ist immer wieder ein paar Kisten. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Wie, 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 wo, was, warum? Powerbox. Ach so, einfach anklicken. Ja, dann. Ja, nö. Oh, ho, ho, ho. Intrigant. Open the hatch, man. Du kannst es nicht selber machen. Ha! I'm afraid of no hatch. Dann machen wir es halt auch. Was? Ach so. Ja, entschuldigung. Ja, das war. Hold the hatch in place. Und das auch. Und das machen wir noch los. Das. Und jetzt kommen wir es aber. Ja. Okay, let's open it up. Na, Fischboss. Juhee! Nein, ehrlich. Entschuldigung, mein Gott. Haha. Haha, das macht Spaß, oder? You sure this is a good idea, man? Nope, me neither. Let's do it. You read my mind, man. Here goes. Gefahr, ich huste dir ins Gesicht. Ne, was? Uh oh. Was haben sie gemacht? Das war not gut. Na? Zack, zack. Ich wusste es. Das gehen jetzt überall die Lichter aus. Das war ja sooo klar. Mal eben einen kleinen Schalter umgelegt und die ganze Stadt ist dunkel. Haha. Ups. Schönes Spielchen. Wow, voll die Macht haben die, ha? Das war ja so. Das war ja so. Good job, Mann. Thanks, Mann. Let's go, Mann. Let's go, Mann, the pumps. Oh, Mann, you try. Welcome to Buenas Gas in Chata, ma'am. Hi, I- Just a moment, while I get the pump going. No, that's alright. I'm not here for- Hey, wait a minute, lady. Where's your port? That's what I'm trying to tell you. I'm not here for gas. I took a taxi. My name is Lina. I come from the university. I'm looking for a very special old book. A book? A book? Listen, lady. This is a gas station. We don't sell no books. Actually. For you, lady. We don't sell no books. What are you talking about, Buenas? We ain't got no books. Shall we do? Remember Count Andoro's old laugh? It's full of old books. They don't do us any good up there. You got a point, Mann. Anything to clear that debt. Great. Where can I find them? Right this way, lady. Oh, man. I knew I had forgotten something. What? What's wrong? We used the ladder steps as firewood the other day. For some reason, at the time, it felt like a smart thing to do. Now. I wonder. Oh, man. Looks like we're gonna have to find some new steps for the ladder. Wie dämlich. Okay. Ja, jetzt müssen wir hier die Leiter reparieren, weil die hat keine Sprossen mehr. Das ist aber schlecht. Achso, hier kann man, glaube ich, Inventar dann oder so, ne? Was ist das denn? Ja, nimm mal. Ich find's so geil, wie ihr redet. Telefon braucht man nicht. Ich wollte eigentlich... Na. Okay. Ja, aber ich seh nix. Kerzen oder was? Soll ich Kerzen nehmen? Bravo. Echt jetzt? Da vielleicht was. Ja, super. Dann nimm die doch als Leiter, Sprossen. Nicht essen! Oder? Ja, genau. Blöden... Blöd genug sind wir ja, ne? Bin ich klug! Na na, wird schon nicht passieren. Ja, dann kracht's bei dir zusammen, nicht bei ihr. Das ist sehr gentleman. Müsste aber ein bisschen angestaubt sein. Ja. Ja. Jetzt auf einmal. Oh, sorry. No, I can't seem to find the book I'm looking for. Could you help me find it perhaps? It's supposed to be leather bound and have a big swirly symbol on its front. Sure, no problem. I bet it's in this mess somewhere. Hast du dich nicht mal gefragt, warum sie so spezielle Buch sucht, Junge? Ehrlich, wahr? A bunch of books on plants, trees and herbs. No swirly sign books here. Sorry. Ja, ist gut. Nimmst du das jetzt etwa, oder was? Wir haben ein Hemd. Ja, toll. Ja, ja, ja. Ich dachte, man kann die untere Schublade aufmachen. Hätte ja sein können. Dann gucken wir halt auf ihre Seite. Was ist mit den Büchern hier? Okay, im Bett? Unterbett? I remember lying in this bed having stories read to us. We had some good times before he dumped us here on our own. That's for sure. I don't remember the bed being so darn stiff though. Wait a minute. There's something. Yeah. Hey lady. I think I might have found your book. You found it? Amazing. What's so special about this whole thing? Hm. Hm. Würde ich auch gern wissen. It's the journal of the journey down. The what? It's a collection of scribbles and notes on how to reach the Underland. The Underland? Isn't that sort of illegal? Yes. So much as touching the Underland literature is illegal. I spend all my time looking for it. Okay. Dann können wir jetzt hier wieder wählen. You spend all your time looking for illegal literature? Literature? Mein Gott. So why did... Den Garnier nicht aussprechen, den Vater von ihm? Hm. Ich frage doch erstmal das. You spend all your time looking for illegal literature? What for? Aren't you afraid of getting caught? Oh, they haven't caught me so far. Well, who's after you? You know of the Armando company, I take it? Sure, everybody knows of them. We recently... Became customers. You together with the rest of St. Armando. I have reason to believe there's something fishy going on in the city. And someone is covering it all up. And somehow... I'm certain this book is the key to understanding the whole puzzle. I need to call the university immediately to confirm this bind. Uiuiui. Och, schade. Ach so. Ich konnte das gar nicht mehr fragen, das andere. Och. Oh man. I bet the switchboard reset itself when we lost the power. Give me a second. I'll have it fixed. Echt jetzt? Yeah. Looks like we're gonna need to re-enter the phone number of this place. It would have been a piece of cake if it weren't for the fact that I forgot it. Äh. Na toll. Muss ich jetzt raten? Oder habe ich da irgendwo einen Tipp bekommen eigentlich? Hätte ich jetzt irgendwo die Nummer stehen gehabt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir drehen mal hier alles. Ich check's grad nicht. Ich check nicht. Ich check nicht. Ah so. Jetzt. Mäh. 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 Jetzt habe ich es erst gesehen. Dann muss man die Farben zuordnen. Mäh. Das hat jetzt aber gedauert. Aber ich weiß es ja trotzdem nicht. Neun, 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 neun. Lauter Neuner vielleicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat man das vorher irgendwo lesen können. Ich hätte mich ja genau umschauen sollen mal. Ich mach jetzt mal einfach überall die Neun. Eieieiei. Ja, ne. Habe ich das vielleicht irgendwo stehen? Ja, aber woher, woher will ich denn wissen, wo, wo? Och, Mann. Kommt da jemand? Ja, ne. Vielleicht da drinnen? Ja, geh doch mal gucken. Und? Was haben wir da? Oh. Mhm. 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 Ja, wir sammeln die einfach mal. Kann ich die mitnehmen? Ach, jetzt geht er wieder auf die andere Seite. Schön. Ja, alles ist nice für ihn. Er hat zu viel Drogen geraucht hier. Er hat zu viel Hasch geraucht. Was mache ich denn jetzt? Ja, ja, ja. Stand das echt irgendwo oder ist es wahrscheinlich ganz einfach und ist da was? Nee. Hm. Das Foto angucken. Ach, das ist der. Kaunan Dodo. Weitere. Hm. Hm. Ist da vielleicht irgendwas drin in dem Sch... Ärgerlich. Oh, da. Ah. Sehr schön. Und da. Ja, süß. Hilft mir aber nichts. Ja, toll. Ja, 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 ja. Da hängen doch Zettel dahinten. Achso, ist das ein Kühlschrank? Was? Ach, das ist ein Kühlschrank. Oh, was liebt der nicht? Ja, schnell. Na, ja, 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 ja. Ist gut, ist gut. Ich habe aus Versehen gedrückt, Klappe. Ja, was mache ich denn da jetzt? Das gibt's doch nicht. Oder ist oben was gewesen? Ich muss irgendwo die Nummer herkriegen. Kann ja wohl nicht sein. Ja. Schönes Foto. Mir schaut gruselig aus, aber macht ja nichts. Fühl dich auch. Mein Gott, wie nostalgisch. Ähm, ähm, pff. Ja. Paintbrush? Toll, ich hab'n Benzel! Ja, super! Oh. Okay. Ich find' das jetzt gerade irgendwie ärgerlich. Ja, ist ja gut. Hätte ja sein können, dass du da noch was findest. Hm. Vielleicht bin ich da ja schon drüber gestolpert, über das, was ich brauche. Oder es ist total einfach. Ja, ja, ja. Ach, da. Danke, jetzt. Mein Gott, bin ich blöd. Hey, das ist die Nummer da. Ja, danke. Ja. Ich hab's vorher schon gelesen, ne, aber nicht registriert, dass die Nummer da drauf steht. Geht. So. Vier. Na, kommschön. Fünf. Dankeschön. Oh-oh. Oh-oh. Ach, der ist doch immer so positiv. Gях's. Of course, lady. She's as good as knew. Wanna air at your service? Great. Let's have a look at this, shall we? Here she is. A precious airplane. Nein. Komm her in und schau mal die Insider. Nein. Das stimmt. Was du denkst, Frau? Wie schön ist sie? Ja, ja. Es ist sehr... charmant. Aber kannst du ihr Airborne? Airborne? Bist du verrückte, Frau? Dieses Flugzeug hat sich nicht aufhört. Ah, pschst. Halt doch die Klappe. Ein Moment, bitte. Du musst mir helfen. Wir brauchen dieses Geld so schlecht. Und du kennst es. Ein Licht und unsere Debt-to-the-Power-Company wird lange weg. Du denkst, du kannst sie fahren? Ich habe keine Ahnung. Du denkst, du kannst sie fliegen? Hey, es gibt nur einen Weg, um sie zu finden. Ja? Lernen bei Trennung und Trennung? Das ist der Spirit. Natürlich, wir können sie Airborne. Great. Das ist was ich wollte, zu hören. Ja, gib uns ein paar Minuten, um kleine Touch-ups zu machen. Und dann sind wir auf der Weg. Na super. Ey, diese positive Art von denen geht auf die Nerven. Kleine Touch-ups? Ja, was ist das große Problem, Mann? Was sind wir missen? Alles? Oh. Oh. Und wir missen einen Propeller auch. Oh. Stimmt. Das sehe ich jetzt. Steerwit. No worries, Mann. You get started while I go find the missing junk. Okay? Okay, Mann. Good luck, Part hunting. Na super. Jetzt darf ich Teile suchen gehen. Nö, nö. Passt schon. Fünfmal schon was. So. Und damit würde ich dann auch sagen, beende ich jetzt diesen Part. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, das Englisch war auch gut zu verstehen. Also ich habe es gut verstanden. Zumindest fast alles. Den Rest habe ich mal schnell nachgelesen nochmal. Weil das Englisch, das ist doch gewöhnungsbedürftig. Ähm. Ich finde es eigentlich sehr sympathisch, das Spiel. Ich werde es noch ein bisschen weiter spielen. Also ein paar Folgen auf jeden Fall noch zeigen. Bin mir eben noch nicht sicher, ob ich es komplett als Let's Play zeigen werde. Das wird sich noch rausfinden. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.